Heute Nachmittag in München. Hysterische Fans wie bei Take That. Aber heute warten die Teenies auf die Gruppe 3T. Die Aufregung ist verständlich, denn diese Jungs sind genauso hübsch. Und dazu noch drei echte Neffen von Jacko. Nachname Jackson. Mit der Single Anything aus ihrem allerersten Album stürmen die Brüder jetzt weltweit die Hitparaden. Weil alle drei Vornamen mit T anfangen, nennen sie sich 3T. Ihr Produzent ist ein echter Profi, Onkel Michael. Das musste einfach so sein, sagt der 17-Jährige. Er hat uns schon immer über die Schulter geschaut, weil wir ja Musiker sind. Es war klar, dass er unser Produzent sein wird. Natürlich wollen sie auch Deutschland erobern. Als die Jackson-Brüder auf dem Münchner Flughafen ankamen, direkt aus L.A., hielt sich der Fan-Auflauf noch in Grenzen. Sie können ruhiger reisen als ihr Onkel. Obwohl beide volle Terminpläne haben, treffen sie sich oft mit Michael. Er ist wie unser großer Bruder, unser ältester Bruder. Wir machen Faxen zusammen, reißen Witze und haben eine Menge Spaß. Außerdem bringt er uns viel gutes Zeug bei. Dass es für Popsänger gut ist, Jackson zu heißen, wenn man ein Star werden will, ist den Geschwistern klar. Auch bei der Ankunft im Hotel bezahlen die Jungs einfach mit ihrem guten Namen. In den Hochadel der Popwelt wurden sie hineingeboren. Schon ihr Vater Tito spielte bei den legendären Jackson-Pfeif-Gitarre Onkel Michael sang. Das ist unser Onkel Michael, Onkel Jermaine, Onkel Jackie, Onkel Marlon und unser Vater. 120 Millionen Platten verkauften die Jackson-Pfeif. Frontman Michael wurde mit ihnen zum Star. Wir sind auf der Bühne unseres Onkels aufgewachsen, dadurch, dass wir mit den Jackson-Pfeif zusammen waren. So ist es entstanden, daraus hat sich unsere Musik entwickelt. Dass die Ehe ihres Onkels gescheitert ist, bedauern alle drei. Sie mochten Lisa Marie. Sie kamen gut miteinander aus, die ganze schlechte Presse hat sie auseinandergebracht. Die haben nur drauf gewartet, dass es zu Ende geht. Es ist hart, ein Star zu sein. Für Terrell, TJ und Touch ist es noch neu, ein Star zu sein. Aber der Jackson-Clan ist einfach nicht aufzuhalten. Und vielleicht werden die drei ja noch erfolgreicher als ihr Onkel.